Herzlich Willkommen auf dem YouTube-Kanal unserer Pfarrei St. Marien in Neunkirchen. Ich bin Pastor Michael Wilhelm, seit 2003 hier in Neunkirchen aktiv. Die Corona-Zeit hat gezeigt und zeigt immer noch, dass Not auch zu Segen werden kann. Ganz viele neue kreative Ideen wurden verwirklicht und umgesetzt. Gott sei Dank und Dank vieler engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das neueste Projekt ist dieser YouTube-Kanal entstanden, über den wir fortan regelmäßig unsere Sonntagsgottesdienste um 10.30 Uhr senden werden. Besondere Gottesdienste, Aktivitäten, Veranstaltungen aus unserer Pfarrei. Die jeweils aktuellen Informationen entnehmen Sie unserem Papier, den Sie auf unserer Webseite finden. Schön, dass Sie dabei sind. Ich darf Sie auch einladen, den YouTube-Kanal zu abonnieren. Bleiben Sie zufrieden, gesund und gesegnet. Ihre prophetic aus unserer Pfarrei.